Schrecklich aber wahr. Die Flüchtigkeit deines Bewusstseins ist unausweichlich. Deine Tage entschwinden dir und werden es auch künftig tun. Im Verlauf der menschlichen Existenz von der vorgeburtlichen Phase bis zum gegenwärtigen Sein in dieser Welt durchschreitet der Mensch multiple Stadien des Bewusstseins. Das erste Stadium, die Präexistenz, wird in den Worten Allahs beschrieben. Und als dein Herr aus den Kindern Adams, aus ihren Rücken, ihre Nachkommenschaft nahm und sie gegen sich selbst zeugen ließ, bin ich nicht euer Herr? Sie sagten, doch, wir bezeugen es. Dies, damit ihr nicht am Tag der Auferstehung sagt, wir waren dessen unachtsam. Diese Erfahrung entzieht sich deinem bewussten Gedächtnis, wirkt jedoch als eine Art unbewusste Prägung weiter, die sich in deiner natürlichen Veranlagung manifestiert. Ebenso bleibt deine pränatale Existenz im Mutterleib jenseits deiner bewussten Erinnerung. Die Vergänglichkeit der Erinnerung erstreckt sich weit über diese frühen Phasen hinaus. Unzählige Tage, Monate und Jahre deines Lebens versinken in der Vergessenheit. Ein Großteil deiner Vergangenheit existiert nur noch als schwacher Nachhall im Gedächtnis. Würde man dich auffordern, die Erlebnisse jedes einzelnen Tages des vergangenen Jahres zu rekonstruieren, würdest du scheitern, ganz zu schweigen von den noch weiter zurückliegenden Zeiträumen. Diese Flüchtigkeit wird sich auch in Zukunft fortsetzen. Dein Leben gleicht einem sich stetig verdichtenden Nebel der Vergessenheit. Leben liest sich umgekehrt auch als Nebel. Es ist bemerkenswert, wie wir uns krampfhaft an diesen Nebel klammern, der schon jetzt, während wir noch atmen, so rasch verblasst. Wie wird es sein, wenn wir an der Schwelle zur nächsten Daseinsebene stehen? Die Worte Allahs antizipieren diese existenzielle Verwirrung. Er wird sagen, wie viele Jahre habt ihr in der Erde verweilt? Sie werden sagen, verweilt haben wir einen Tag oder den Teil von einem Tag, doch frage diejenigen, die zählen, können. Er wird sagen, ihr habt nur ein wenig verweilt, wenn ihr doch nur wüsstet. Meint ihr denn, dass wir euch zum sinnlosen Spiel erschaffen hätten und dass ihr nicht zu uns zurückgebracht würdet? Diese Verse werfen tiefgreifende Fragen über die Natur unserer Existenz und die Wahrnehmung von Zeit auf. Sie suggerieren, dass unser irdisches Dasein, so bedeutsam es uns auch erscheinen mag, im kosmischen Maßstab nur ein flüchtiger Moment ist. In diesem Kontext gleicht unser Streben nach weltlicher Permanenz dem Errichten eines Hauses auf fremdem Grund. Plötzlich werden wir mit der erschütternden Erkenntnis konfrontiert. Dieses Haus ist illegal, denn dieses Grundstück gehört nicht dir. Das Haus muss abgerissen werden, dein Grundstück ist da vorne und nicht hier hinten. Und dann musst du alles, was du aufgebaut hast, aufgeben, wenn du es an der falschen Stelle errichtet hast. Noch schlimmer, für einen Neuaufbau ist keine Zeit mehr geblieben.